Die Familie. Sie sind nicht da. Und so musste ich, daher musste ich. Aber die Sache ist die, wenn du merkst, dass sie nicht da sind, dann bist auch du nicht da. Okay? Und das ist echt hart, weil es sich so anfühlt, als würde ihre Abwesenheit dazu führen, dass du dir bewusst bist, dass sie nicht da sind. Aber wenn du wirklich da wärst, wäre es für dich irrelevant, dass sie nicht da sind. Irgendwie interessant. Vielleicht irgendwie witzig, aber nicht bedrohlich. Und nicht entmutigend. Und nicht beunruhigend. Oh, ich verstehe. Also, wenn ich mir darüber Gedanken mache, dann bin ich nicht da. Und ja, weil man sich nicht gleichzeitig Sorgen machen und da sein kann. Was du den Leuten also sagst, ist, weißt du, ich möchte mich auf dieser High Flying Disc befinden, aber ich habe nicht die Fähigkeit, dort zu sein, wenn du nicht da bist. Also, gelange du dorthin und dann werde ich dich beobachten und dann werde ich auch da sein. Oh, also, du hast die gesamte Macht in meiner Lebenserfahrung. Es ist eine sehr bedingungsabhängige Liebe, die ich lebe. Ich brauche, dass du dich auf diese bestimmte Weise und auf diese Weise und auf diese Weise verhältst. Und dann, wenn ich dich beobachte, werde ich darauf eine Reaktion zeigen, die sich so anfühlt. Aber da ich dich beobachte und ich eine Reaktion zeige, die sich so anfühlt, musst du dich ändern. Nein, also, was ich getan habe, ist, mich von diesen Leuten zu distanzieren. Nun schau, wir wollen dir etwas geben. Etwas, durch das du dich besser fühlen wirst. Das Gesetz der Anziehung wird dich von allem distanzieren, was nicht mit der Schwingung dessen übereinstimmt, was du bist. Okay. So haben wir das noch nie gesagt. Das ist ein wirklich wunderbarer Austausch. Das Gesetz der Anziehung ist der Distanzierer. Okay, also mein Zwilling, ich habe nichts mehr mit ihr zu tun, denn sie hielt mich in dieser, ach, na, oder ich blieb in dieser niedrigen Schwingung. Aber die Sache ist die, siehst du, du teilst eine Menge des gleichen Vortexes mit deinem Zwillingen. Diese Trennung ist selbst auferlegt und muss nicht sein. Benutze diese starken Unterschiede, die du fühlst, nicht als Grund, dich gegen sie zu wenden. Denn wenn du dich gegen sie stellst, stellst du dich gegen alles, was gut ist. Hör zu. Das ist eine wirklich wichtige Sache. Und wir werden es auf eine Art und Weise sagen, wie ihr es noch nie von uns gehört habt, aufgrund der Unterhaltung, die wir hier führen. Wenn jemand oder etwas dich dazu bringt, unglücklich zu sein, und du erlaubst es dir, dich darin zu wälzen, in diesem Unglücklichsein, dann hältst du dir selbst alles vor, was du als glücklich machend empfindest, während dieser Zeit. Deshalb fühlen sich die Einsätze so hoch an und deshalb bist du so wütend auf sie. Weil du dieses Tauziehen verspürst zwischen dem Punkt, von dem du weißt, dass du an ihm stehst, und dem, wo du gerne sein willst, als Ergebnis dieser Gedanken oder dieser Situation oder dieser Beziehung. Aber wenn du erkennst, dass du die Fähigkeit hast, Dinge zu erreichen, es zu üben, es zu meistern, mit dem, wer du wirklich bist, in Einklang zu kommen, dann bedroht dich nichts mehr. Die Leute sagen oft, Abraham, ich habe das wirklich genossen, ich habe das Wissen eine Zeit lang studiert und ich habe meditiert, ich habe in einigen Male diese Prozesse durchlaufen und ich fühle mich so gut. Aber die Leute auf der Arbeit sind so negativ. Und was du wirklich sagen willst, ist, und deshalb fühle ich mich bedroht. Sie bedrohen mein potenzielles Glück, weil sie so sind, wie sie sind. Und wir sagen, nichts kann dein potenzielles Glück bedrohen. Du musst an diesen Punkt gelangen, an dem du nicht bereit bist, zuzulassen, dass irgendetwas dein potenzielles Glück bedroht. Ich habe wirklich eine Menge Workshops und Kurse gemacht und ich habe wirklich begonnen zu verstehen, ich bin seither jeden Tag mehr mit dem im Einklang gekommen, wer ich bin. An mir arbeiten lässt es so klingen, als ob etwas mit mir nicht stimmen würde. Ich genieße die stetige Entwicklung meines Verständnisses dessen, wer ich bin. Hm, okay, ja. An mir selbst zu arbeiten lässt es klingen, als seist du im Mangel und das warst du nie. Und du bist auch noch nicht fertig. Es gibt noch so viel Arbeit für euch alle zu tun. Nein, so ist es nicht. Da ist mehr Spaß, den es zu haben gibt. Mehr Klarheit, um verstanden zu werden. Mehr Möglichkeiten, die ins Fließen kommen. Mehr Gründe für Verbindung. Mehr Energie, um noch mehr Themen zu durchströmen. Das ist es, wie es ist. Du erklimmst nicht die Sprossen einer Leiter. Du bist nicht dabei, etwas wieder gut zu machen, Dinge, die unerledigt geblieben sind. Ihr seid freudige Schöpfer, hier, um freudig zu erschaffen. Es geht nichts Ernstes, Vorsicht. Die Einstellungen sind nicht irgendwie auf schwer gestellt. Es ist alles bereits fast geschehen, zu der Zeit, wenn du überhaupt in der Lage dazu bist, zu erkennen, dass du es willst. Hast du das gehört? Zu dem Zeitpunkt, zu dem du in der Lage bist, zu wissen, dass du es willst, ist es bereits weit vorangeschritten und eine sichere Sache. Aber weil du das nicht weißt, weil du nicht einmal anfängst, das Werden davon zu messen, bis es dann zu etwas geworden ist, das greifbar ist, das du sehen kannst. So oft, wenn du etwas willst und du es nicht sehen kannst und du nicht herausfinden kannst, wie es zustande kommen soll, dann lässt du die Abwesenheit davon dominant in deiner Schwingung sein. Und so verlangsamst du es so viel, viel, viel mehr. Aber wenn du fest daran glauben könntest, was wir dir sagen, dass zu der Zeit, in der du anfängst, danach zu sehen, es bereits reif ist, es bereits groß ist, die Fülle bereits da ist. Es steht bereit für dich, zu erlauben, dass sich dir diese wunderbaren Dinge zeigen. Das ist dieser Sweet Spot, dieser ideale Punkt. Bringe ein wenig spezifischer das hervor, was dir am Herzen liegt und dann kannst du bewusst damit eine Resonanz erschaffen, damit in Resonanz gehen, sodass du es weißt. Und dann bezeugst du, wie es in deiner Realität entsteht. Scheiße zu erklären. Naja, weißt du, es ist ein Teil davon, da du Zeit mit anderen Menschen verbringst. Ihr verlangt es voneinander. Warum hast du das getan oder warum fühlst du so? Denn die meisten Menschen fühlen sich unsicher darüber, wo sie stehen und sie denken auf eine fehlerhafte Art und Weise. Dass sie mehr Sicherheit darüber bekommen, wer sie sind, indem sie Übereinstimmung, also Resonanz, mit anderen Menschen finden. Aber was sie tatsächlich von anderen Menschen aufschnappen, ist mehr Unsicherheit. Du erhältst deine Resonanz und deine Kraft durch deine Ausrichtung mit der Quelle. Und die anderen Menschen sind wirklich nur hier. Trommelwirbel bitte. Die anderen Menschen sind nur hier, um dir zu helfen, auf eine kontrasterzeugende Art und Weise Dinge in deinen Vortex zu bringen. Die Menschen, mit denen du dich umgibst, sind nicht hier, um die Lösung für dich bereitzustellen. Sie sind hier, um dich zum Fragen anzustacheln. All diese Energie der Quelle ist das, wonach du hinreichst. Wenn du versuchst, in Resonanz mit jemandem zu kommen, der auf einer anderen Wellenlänge schwingt, wirst du keine Resonanz mit ihnen erreichen. Es sei denn, und das ist der Grund, warum du es so satt hast, es sei denn, du senkst deine eigene Schwingung herab, um in Resonanz damit zu kommen, wo sie sich befinden. Und dann verstehen sie nicht dich. Nur du verstehst sie. Du verstehst es total, weil du es fühlst, mit allem, was du bist. Und dann sagst du, und ich hasse dich. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob ich das sage. Wir sagen es ja nur. Vielleicht sage ich es zu mir selbst. Nun, was du sagtest, war ähnlich. Du sagtest so viel wie, ich bin so etwas von, so etwas von, so etwas von krank davon, zu versuchen, anderen Leuten Dinge zu erklären. Und das ist der Grund dafür. Denn damit ich anderen Dinge erklären kann, müssen wir eine Resonanz haben. Und da die meisten Menschen nicht bereit sind, sich mir anzuschließen, in der Harmonie mit der Quelle zu sein, dann muss ich, wenn ich in Resonanz mit ihnen sein will, einer etwas anpassen müssen. Und jedes Mal, wenn ich das tue, nehme ich es übel. Klinke dich in die Schwingung dessen ein, wer du wirklich bist. Und so, das ist der ganze Punkt von dem, was wir gesagt haben. Und das haben wir hier nun zusammen geschafft. Ja, also war es meine Vergangenheit oder ist es hier genau in der Gegenwart? Nun, es ist alles hier in diesem Moment, aber du betrachtest es wie deine Vergangenheit. Von deinem Jetzt aus sagst du, das ist vergangen und das war damals. Das ist jetzt und das ist die Zukunft. Aber du machst das alles von hier und jetzt aus. Also wenn du in einem Moment der Zeit es erreichst, vollständig mit dem in Resonanz zu gehen, wer du wirklich bist, und mit allem, was du weißt, dann verändert sich deine Perspektive auf alles, was du bisher erlebt hast. Sie verschiebt sich hin zu der Perspektive, die auch dein inneres Wesen einnimmt. Kannst du das noch einmal sagen? Ich meine, nein, also habt ihr es verstanden? Einige haben es und einige nicht, also lass es uns noch einmal versuchen. Wenn du also hier in deinem Jetzt stehst, dort, wo all deine Kraft sich befindet und du dich um die vollständige Resonanz mit deinem inneren Wesen kümmerst, du also alles getan hast, was es brauchte, du hast deinen Geist beruhigt oder du hattest ein Gespräch oder was oder wie auch immer, aber du hast diese Resonanz erreicht, wie wir es hier fortwährend tun, nicht wahr? Also findest du diese Resonanz mit deinem inneren Wesen, in deinem Jetzt. Wenn du die Vergangenheit betrachtest, tust du es vom Jetzt aus. Wenn du das Jetzt betrachtest, tust du es vom Jetzt aus. Wenn du die Zukunft betrachtest, tust du es vom Jetzt aus. Denke darüber nach. Wenn du jetzt in diesem Moment vollständig in Resonanz mit der Energie der Quelle bist, bedeutet das, dass du jetzt deine Vergangenheit mit den Augen der Quelle siehst. Und die Vergangenheit wurde nur zu dem Zeitpunkt wahrgenommen, als du sie gelebt hast. Und sie ist wirklich nur dann von deinem Jetzt aus wahrgenommen, wenn du darüber nachdenkst. Kannst du dir also den Nutzen des Haltens einer Schwingungsresonanz mit deiner Quelle vorstellen? Und jetzt ist alles in eurer Vergangenheit anders. Also sprich darüber, den Widerstand auf einen Schlag loszuwerden. Sprich über das echte Loslassen einer Menge Widerstand auf einer sehr entspannten und einfachen Art und Weise. Das ist ganz anders, als zu versuchen, es denen zu erklären, mit denen du deine Vergangenheit gemeinsam gelebt hast. Und hast du jemals diese Erfahrung gemacht, bei der du mit jemandem gesprochen hast, vielleicht einem Kindheitsfreund oder vielleicht einem Geschwisterteil oder einem Elternteil, jemanden, den du damals gekannt hast. Und ihr redet über etwas, von dem ihr glaubt, dass es dasselbe Ereignis ist. Aber ihr habt zwei völlig unterschiedliche Darstellungen von dem, was passiert ist. Denn alles ist eine Frage der Wahrnehmung. Und eure Wahrnehmung ist das. Hier schließt sich der Kreis. Deine Wahrnehmung richtet sich einzig und allein auf den Grad der Ausrichtung, den du mit deiner Quellenergie hast oder eben nicht. Wenn du mit der Quelle nicht im Einklang bist, fühlst du dich wie ein Opfer. Und sie waren alle wirklich böse zu dir. Da sie so sehr ihre Umwelt und sich selbst verstehen wollen, wollen sie schnelle, einfache Wege. Also finden sie Etiketten und Schubladen und sie ziehen schnelle Schlüsse. Und sie, wir lieben euch alle so sehr. Sie sind faul. Sie sind faul. Aber als menschliche Wesen haben wir die Fähigkeit, das alleine herauszufinden. Wir brauchen keine Selbsthilfe. Wir brauchen keine Therapeuten, die ständig über das Problem reden. Du bist das und du hast das Problem. Du kannst dieses Versprechen nicht halten. Du kannst nicht zum Grund irgendeines Problems gelangen. Das Problem wird nur größer. Wenn irgendwer versucht, dich dazu zu bewegen, das Problem deiner Wahrnehmung zu akzeptieren, sind sie nicht in Einklang mit deinem inneren Wesen, das dich einzig und allein hin zu Lösungen ruft. Demnach sind sie noch immer Teil des ersten Schrittes des Prozesses. Während du, wenn du mit deiner Quelle verbunden bist, sie dafür liebst, dass sie es tun. Danke, dass du mich anstupst, hin zu all diesen wunderbaren Lösungen zu finden. Cool. Ist es, oder? Ja. Genug? Ja. Wir haben es sehr genossen. Wir haben es sehr genossen.